So, dann reden wir jetzt mit Kassadnoha. Wer ist er denn? Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter. Ich war spazieren und sie hat mich geschnappt. Das ist alles. Du gehörst zu Dixie Muffin? Ja, ich meine, scheiße. Ich habe es nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Barron's Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei mir? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hol ab hier. Er könnte du selbst warnen. Na ja, um seine eigene Haut zu retten, weiß ich nicht. Also, wenn er nicht der Kämpfer ist, sondern eher der Typ ist, der wegrennt und plaudert, wird er wahrscheinlich auch... Ja genau, Mr. Makano war das, der dieser Besuch in dieser Bar gemacht hat. Okay, jetzt haben wir auch noch zum Rumpelplatz und sollen erst mal... Äh, äh, ja. Unruhe stiften. Na, das kann ja lustig werden. Wieso eigentlich immer? Warte, Moment. Halalala, lalalala. Da ist noch eine Tür. Ja, genau. Wir räumen wieder alles ab hier. Das ist ihr Voodoo-Laden, oder wat? Schalala. So, wir haben unser Moped und dann gucken wir mal, dass wir... Oh, guck mal, super geparkt hier. Warte, das Mini-Kid nämlich nicht. Ah! Virus, da steht doch ein Auto. Bist du blind? Ja, oh. Ich hab'n Führerschein, äh, noch nicht gemacht, aber... Ja, halt mal an. Bleiben wir direkt mal hier stehen. Brauchst du nicht. Guck mal rein. Guck mal zehnmal rein. So. Barrelrun Samedi's Rommelplatz. Willkommen im Keller. Okay, da geht's gar nicht lang. Warte, so ein bisschen, man muss schon wissen, wo man hier irgendwie, äh, hinläuft. Aber das ist Exit. Ich bin ja gar da rein. Aber hier war ein Medi-Kit. Also wo? Hm, da hoch. Ein bisschen irreführend ist das hier doch schon. Hot Rod? Wollen wir's? Ach komm, nehmen wir mit. Bestimmte Zeit trifft. Jawohl, guck mal einer an. Schickes Ding. Hm. Hm. Wir könnten das jetzt über drei mitnehmen. Wollen wir die jetzt, was die stört? Gehen wir raus. Jawohl. So. Alles ist einfacher. So. Na, Platz, ich stehe da fest, weiter. So, fangen wir mal zum Rommelplatz, wenn man gespannt, wie weitert ist. Äh, okay, alles klar, wir sind dann vorbeigefahren. Das war jetzt echt unauffällig. Aber am Haupteingang. Alter, was ist denn hier kaputt? Hier ist ja alles unter Wasser. Äh, nee, da lassen wir mal wegdenken, nein. Scheiße. Das ist ja Rommelplatz, die Gegend ist ja abgesoffen, hat er nicht das am Wasser? Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Fun-Adventured. Das ist mein ehemaliger. Kommen wir denn hier irgendwie rein? Warte mal, hier ist das leid, da kommen wir da hoch. Jo, mit Leertaste. Oh, play. Äh, das ist ja. Feindliche Zoll. Was? Finde Richie, erledige Richie, who said? Ich hab ein mieses Gefühl dabei, man. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Oh, äh. Hä? Hey, motherfucker, Georgie. Willkommen auf Parallel-Manager, mit dem Schummelplatz. Wir freuen uns, euch heute zu begrüßen. Also, geht eure Sorgen am Eingang ab und vergnügt euch. Ja. Ihr seid auf der Hut. Ein schlimmer alter Nürn. Leute, mal drüben! Sie, was einen hinter der nächsten Älter erwartet. Feucht mir, ihr Decken! Wer will dir denn schon folgen? So, die Kohle haben wir auch. Jetzt gehen wir es mal irgendwo an der Seite, weil ich nicht weiß, wo hier... Aber locken wir die erst mal hier rüber. Ich seh hier gar nichts, Alter. Das ist ja... Das ist echt schlecht. Langsam gehen uns die Leute aus. Wieder einer weniger! Wie viel kann der denn auch? Alle Mann in Deckung! Hey, Arschloch! Schickt Georgie dich? Scheiße, scheiße, scheiße! Worauf wartest du? Mach ihm Feuer aus dem Arsch! Brenn, Nigga-Boy, brenn! Ich hab keine Kugeln mehr! Bist uns ein Wicht, was? Ist er noch hier? Versuchen wir es mal hier! Äh, ich bin jetzt eingekeilt. Ich hab jetzt Dadi und... Und, und, und. Hier ist eine verdammte... Hey, Arschloch! Schickt Georgie dich? Uh, das war mal knapp jetzt. Hey, Nigga-Boy, brenn! So. Im Wasser bringt das echt viel so ein Cocktail. Na, brauchst du Wasser immer aufbärmen? Ja, dich! Verschafft mir etwas Zeit! Achtung, die Flammstangen zurück! Hat die niemand anderes erwischt? Er ist da lang! Sieh nach, ob du empfindest! Der Ruhl-Soon kann sich nicht wie immer verstecken! Scheiße! Er bringt uns um! So, den hab ich jetzt auch. Jetzt kann ich dich endlich vertrechen! Stehen gut, Jungs, oder? Hehe, hehehe. Ich geh' in der Kugel! 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 Boah, man sieht hier aber auch nix! Das ist wirklich dunkel! Ich hab' keine Kugeln mehr! Kommt mal, den mal hier rüber! Ich hab' dieses Arschloch und seine Spielchen-Sasch! Ich kann mich nicht begegnen! Alter, das gibt's doch nicht, ey! Hauptschluss ist da mal noch nicht so einfach. Boah, weiß gar nicht, wo die hinlaufen sollen. Du siehst nix, ey! Der Typ hat die Fliebung zum Geier ist der Hilf. Der kann nicht weit sein! Sucht weiter! Wir finden dich, Schwanzlutscher! Darauf kannst du Gift nehmen! Ich hab' ihn! Häftig, ey! Ähm... Tee? Ich rette lieber meinen Arsch! Der Junge ist ein echter Versteckkünstler. Wir durchsuchen jeden Winkel, bis wir ihn finden! Nimm die Daumen aus den Ersten, Männer! Geh' in den Deckel! Ich muss nachladen! Das ist schlecht. Hey, Arschloch! Habt ihr Oji dich geschickt? Das ist besser. Ja, ich seh'n! Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ganz... Das ist... Das ist... Ja, das... Äh... Pfeifen wir mal, vielleicht kommen die ja rüber. Wo gehst du hin? Hä? Wie ist mit mir, Kumpel? Oh! 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 Du bist dort, Schwanzlocher! Du bist dort, Schwanzlocher! Verdammt, der ist weg! Ich weiß, du bist hier dringend vor! Ah! Wer kriegt jetzt Besuch? Die Radar hat sich aus dem Staub gemacht! Oh! Oh! Ich weiß, du bist hier dringend vor! Jaaa... So ist das chill! Ja, ihr darfst nicht einfach drauf losrennen. Jetzt schauen wir uns ja mal oben hier um. Alter, ich krieg gerade Gänsehaut, ey, das war ja... Puh! Boah! Der muss nachladen! Feuer frei! Wir haben keine Kugeln mehr! Danke! Ja, sonst die Scheiße hinter uns bringt! Kommst du in der Runde! Hey, Motherfucker! Georgie ist geschickt! Scheiße! Der ist hinüber! So, pfeifen wir jetzt nochmal ran hier? Will er nicht? Ich komm da nicht weiter. Ist da oben. Oh, Deckung! Okay! Heute stirbst du, boy! Ja, hier geht's... Verdammt, der ist weg! Boah, was ist denn das hier? Ich weiß, du bist hier irgendwie... Scheiße! Mach das! So! Oh! Da ist noch einer drinnen! Ist er noch hier? Nee, der ist weg! Versuchen wir es mal hier! Oh, das gibt's doch nicht! Kacke, Alter! Oh! Ich bin hier! Sag mal, was losgehen soll! Sag mal, was losgehen soll! Ich bin hier! Echt? Hat irgendwer Munition? Seine Munition ist alle! Feuer! Er weiß genau, wo ich bin. Boah, dieser Typ, ne? Hier ist noch einer. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Hast du das? Verlehn' ich das hier. Oha. Ich muss nachladen. Clay, gehst du runter? Danke. Ich regel die Scheiße. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Boah, das war knapp jetzt. Uhu. Das war echt knapp jetzt. Das war echt knapp. Bei Munizierung und Kohle, das ist immer gut. Boah, echt Gänsehaut. Geht's hier irgendwo lang? Äh, wo geht's denn hier lang? Bin ich hier richtig? Hey, Motherfucker, wir wissen, dass du hier irgendwo... Wir könnten uns auch wirklich einigen. Du brauchst nur zu sterben. So, das haben wir ja noch ganz... Oh, das haben wir ja noch ganz... Oh, Deckung. Aha. Schluss mit den Spielchen. Du da auf, Arschloch. Alter, gibt's doch nicht, ey. Fall mal um. Scheiße. Dieser Dreck-Sau. Verschafft mir etwas sein! Wer soll mal schön laufen, bis er nach China kommt. Komm mal nach, ob er immer noch da drüben ist. Wir müssen ja alles absuchen. Was hat denn wer uns denn da gespielt? Oh, Scheiße, ich bin getroffen! Komm hier nicht weg! Den habe ich getroffen. Aber die Scharschütze, wo kommt der weg? Verschafft mir etwas Zeit! Er muss hier irgendwann der Nährein. Oh, Deckung! Hey, Arschloch! Warte, die, bis er wiegt! Brenn, Diggerboy! Brenn! Der Kleine ist ihm über! Wo zum Teufel ist er hin? Er ist noch hier! Findet ihn! Wenn der glaubt, dass ich so leicht ausgehe... Knöpfe ihn hier vor der anderen Seite! Oh, Scheiße! Das Misti hat so seinen Mann umgebracht! Ich gehe in Deckung! Nein! Da oben! Oh, so... Oh, Scheiße! Da war Feierabend! So, neuer Lademodus. Ich werde an der Stelle, glaube ich, jetzt erstmal einen Cut machen. Und einmal ein bisschen rendern. Jawohl! Das, denke ich, das wäre doch mal eine gute Idee. Hey, du Pisser! Wir wissen, dass du hier irgendwo steckst! Zeig dich! So, damit werde ich dann erstmal hier auf der Karte... Ne kleine Pause einlegen. Und abspeichern. Und, äh... Ja. Beim nächsten Mal weitermachen und erstmal was rendern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Da spielt immer wieder ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Tschau! Outro